Diese Dreiviertelteit aus unserer LP-Kollektion überzeugt mit einer bequemen Passform, einer tollen Optik und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch das schöne Muster und die besondere Farbgebung ist sie genau auf die aktuelle Kollektion abgestimmt und lässt sich so prima mit den anderen Textilien zu einem schönen Look kombinieren. Das hautsympathische Material ist fein und atmungsaktiv. Dadurch bleibt der angenehme Tragekomfort erhalten, auch wenn du mal stärker ins Schwitzen kommst. Beim Sport kannst du die Bewegungsfreiheit genießen, denn der Stoff ist elastisch und die Hose schränkt dich nicht ein. Der breite Bund sorgt für einen guten Sitz und ist individuell einstellbar. Mir persönlich gefällt die Hose, weil sie sehr modisch ist und das ganze Jahr über beim Laufen und Fitnesstraining eingesetzt werden kann. Du bekommst diese Dreiviertelteit sowie die gesamte RP-Kollektion natürlich in deiner Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.